Ich habe einen Elbner, der das veröffentlichen, und dann machte ich wirklich die Gefährderung, die ich hierhin gebracht habe. Er meinte, ja, hat er eine Psychologie. Ja, hat er die Beine gegeben? Ja, ich habe die Beine gegeben. Der war nicht gut, wenn ich das Haus sagte. Er wollte sie geben, aber nicht. Was? Er wollte sie geben, aber nicht. Die Beine, also... Also... Aber er meinte, Der nächste, der macht das alles hintereinander, ja. Alter, das regt doch einen so auf, ne? Wenn man die ganze Zeit nur blöd am Straßenrand herumsteht, irgendwelche Leute meinen, dich zu trollen, und direkt danach, nach dem Moment, wenn man schon 10 Minuten Zeit lässt, dich zu töten. Alter, das ist doch so ein Witz hier. Das ist doch so ein schlechter Witz. Tyler, ja mit dir, aber sofort.